Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Stand-Up Paddleboard aus dem Hause Goose Hill. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Subboard für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Subboard werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Stand-Up Paddling ist in der Tat eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung. Es geht vor allem darum, Zeit auf dem Wasser zu verbringen. Und ja, wer eben ein Naturfreund ist, wer die frische Luft mag, für den kann das definitiv eine gute Idee sein, um die Freizeit schön zu gestalten. Ein wichtiger Tipp von mir ist allerdings, dass man gut schwimmen können sollte. Ganz, ganz wichtig, körperliche Fitness und gut schwimmen können, das sind, wie ich finde, sehr wichtige Voraussetzungen für das Hobby des Stand-Up Paddling. Ansonsten für Anfänger könnte es sich definitiv auch lohnen, mal einen Anfängerkurs zu besuchen. Gibt es vor allem in allen größeren Städten. Da einfach mal gucken. Preislich finde ich interessant, was dir aus dem Hause Goose Hill geboten wird, würde ich für ein Stand-Up Paddleboard mit diesem Lieferumfang insgesamt betrachtet als ein faires Angebot bezeichnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich das passende Stand-Up Paddleboard ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Subboards auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Hierbei handelt es sich um ein sehr leichtes Subboard. Das ist dann vor allem, was die Kontrolle des Boardes anbetrifft, meistens noch ein bisschen leichter. Du hast hier einen großen Lieferumfang. Du hast hier dieses typische Komplett-Set, mit dem du halt loslegen kannst, was das Stand-Up Paddling Hobby anbetrifft. Das würde ich auch noch mal als Vorteil bezeichnen. In Sachen Design finde ich, braucht es sich auch nicht zu verstecken. Gefällt mir persönlich gut die Farbe, aber das ist natürlich eine absolute Geschmacksfrage. Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch noch mal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Was das Subboard aus dem Hause Goosehill anbetrifft, meiner Einschätzung nach insgesamt betrachtet ein faires Angebot. Ob es für dich das passende Subboard ist, kannst du allein natürlich am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Subboard aus dem Hause Goosehill. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Noch ein wichtiger Tipp für Anfänger, das Thema Brille, Schrägstrich Sonnenbrille. Sonnenbrille natürlich gern genommen beim Stand-Up Paddling, was viele Anfänger nicht beachten ist, dass man auch durchaus manchmal ins Wasser fällt beim Stand-Up Paddling und dann liegt die Brille gerne auch mal am Grund des Wassers, was meistens sehr ärgerlich ist. Deswegen als Tipp, es gibt für die Brille ein Ränder, so Überzieher, damit man die Brille schwimmbar machen kann. Kleiner Anfängertipp, der dir vielleicht noch eine Brille spart. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Viel Spaß und Erfolg für deine nächsten Subtouren. Alles Gute. Ciao.